Herzlich willkommen zum Big Data Analytics Kurs. Heute betrachten wir die explorative Datenanalyse. Wir hatten zuvor untersucht, wie man mit Data Warehouse Systemen in sogenannten Datenwürfeln Daten speichert. Heute wird es darum gehen, die Exploration, die interaktive Exploration etwas intelligenter zu gestalten, sodass der Benutzer nicht so überfordert ist mit der exponentiellen Vielfalt aller Kombinationen, aller unterschiedlichen Projektionen in einem Datenwürfel. Hierzu vielleicht einleiten noch ein kleines Beispiel, wo Sie diese interaktiven Explorationstechnologien einsetzen können. Wir sehen zum Beispiel im Energiebereich einen großen Vorteil durch solche interaktiven Datenexplorationen. Heutzutage haben wir noch die analogen Messeinheiten in unseren Häusern, die den Energieverbrauch messen. Zukünftig werden die meisten Häuser mit sogenannten Smart Mieters ausgestattet werden und man hat damit nicht mehr die jährliche Erhebung von dem Energieverbrauch, sondern kann bis auf Sekunden genaue Erhebungen über Energieverbrauch ermitteln. Damit entstehen natürlich vielfältige Fragestellungen im Bereich der Speicherung von Daten, im Bereich der Analyse von Daten und wir schauen uns heute insbesondere die interaktive Exploration durch den Menschen an. Hierzu ein echtes Beispiel, ein Datensatz am Karlsruher Institut für Technologie über die letzten Jahre entstanden. Dort sind in unterschiedlichen Gebäuden solche Smart Mieter installiert und wir sehen jetzt hier wirklich den Datensatz, wie sich das Facility Management des KIT die Daten aktuell anschaut. Man sieht jetzt hier die Jahre 2006 bis 2010 dargestellt, aggregiert auf Monatsebene. Ich habe die Y-Achse hier mal extra weggelassen. Es geht nicht darum, wie viel Energie dort verbraucht wurde, sondern um Muster in diesen Daten. Und Sie sehen immer ein sehr regelmäßiges Muster. Im Sommer wird dort mehr Energie verbraucht als im Winter. Ich kann Ihnen sagen, das ist das Informatikgebäude des KIT. Entsprechend sind da viele Server im Keller und man hat einen hohen Energieverbrauch durch Klimaanlagen. Ein anderes Muster, was Sie sehr leicht sehen können, ist, dass in 2008 etwas Besonderes passiert ist. Nämlich dort wurde Energie eingespart und durch neue Anlagen entsprechend der Energieverbrauch drastisch gesenkt. Aber mehr sehen wir auch nicht. Wir sehen nicht alle unterschiedlichen Granularitätsebenen, sondern wir sehen diese eine fest eingestellte Granularitätsebene. Stellen wir uns also vor, wir sind der Facility Manager und wollen jetzt Detailinformationen haben. Das könnten wir mit den üblichen Technologien, die wir vorher kennengelernt haben, mit Drilldown und Rollup, Slice und Dice-Operationen uns die passenden Daten aushalten. Aber wer sagt uns schon, was die relevanten Daten sind? Und genau darum geht es heute. Ich habe jetzt hier mal markiert, in 2010, drei Monate mit einer anderen Farbe. Genau das soll unserem Facility Manager jetzt anregen, genau in diesen Bereich einzusteigen und einen Drilldown in diesen Bereich zu machen. Weil wir statistisch analysiert haben, dass dort abnormal hoher Energieverbrauch entstanden ist. Auf Wochenebene oder auf Tagesebene. Das sieht man hier in diesem Bild nicht. Deswegen wissen die meisten Benutzer nicht, dass auf Tagesebene vielleicht etwas statistisch Signifikantes passiert ist. Und genau um diese Technologien wollen wir uns heute kümmern, um die Anomalieerkennung auf beliebigen Granularitätsebenen. Also wie würde man das klassisch machen? Klassisch würde man nutzergetrieben die Drilldown und Rollup-Operationen durchführen und nach den richtigen Zellen, wo abnormal hoher Energieverbrauch entstanden ist, suchen. Wir machen das jetzt anders. Wir lassen einen Algorithmus diese Suche durchführen und wir versuchen jetzt mit diesen Statistiken, die der Algorithmus uns liefert, Highlights zu setzen. Entsprechende Zellen zu markieren, in der der Benutzer dann einen Drilldown durchführen kann. Stellen wir uns also vor, der Algorithmus findet jetzt eine abnormale Zellkombination, das im Bereich des Informatikgebäudes zwischen März und April abnormaler Energieverbrauch entstanden ist. Dann könnten wir genau diese beiden Monate farblich hervorheben und dem Nutzer vorschlagen, es ist nichts weiteres als ein Vorschlagssystem, in diesen Bereich abzusteigen. Wie kann man das tun? Dazu gibt es eigentlich sehr schöne Technologie von 1998, von IBM Research entwickelt. Sumita Sarawagi, eine der Hauptautoren hier, hat etwas entwickelt, was sie als Discovery-Driven Exploration bezeichnet hat. Discovery-Driven deswegen, weil sie gesagt hat, vorher war alles Hypothesen getrieben. Der Mensch hatte eine Hypothese und entsprechend dieser Hypothesen hat der Mensch in den Daten gesucht. Discovery-Driven bedeutet, dass der Algorithmus eine vorherige Suche durchführt und den Menschen anleitet, in bestimmte Bereiche abzusteigen. Also eine etwas lenkende Rolle des Menschen übernimmt und den Menschen in bestimmte interessante Bereiche lenkt. Wie lenken wir die Benutzer über visuelle Hinweise durch farbliche Markierungen und wie messen wir abnormale Zellen über Signifikanz-Tests und statistische Modelle? Und diese beiden Aspekte, nämlich die statistische Modellierung und die visuelle Modellierung, zeige ich Ihnen jetzt im kurzen Beitrag, wie man das mit Discovery-Driven All-Up durchführen kann. Hierzu definiert man sich zuerst mal ein neues Maß, das hat man SelfExp getauft, das ist die, wie unerwartet eine Zelle ist. Das ist ein neues statistisches Maß, das misst, wie unerwartet eine Zelle ist und auf Basis dieses einen Maßes kann man dann verschiedene andere Maße ableiten, nämlich das InExp-Mask, wie unerwartet es ist, eine Zelle unterhalb einer Zelle zu finden. Also wie sehr sollte man in einen Drilldown für eine bestimmte Zelle investieren? Und PathExp entsprechend noch spezieller, wie unerwartet ist ein bestimmter Drilldown-Pfad, entsprechend einer bestimmten Reihenfolge von Drilldowns. Und genau diese Maße schauen wir uns jetzt an und das erste Maß, was wir uns überlegen müssen, ist das SelfExp-Maß. Nun, bevor wir uns in die mathematische Modellierung begeben, hier ein kleines Beispiel. Wir haben Kundendaten, Verkaufszahlen und wir befinden uns aktuell in einem Data Warehouse und haben auf Monatsebene aggregiert. Wir haben zusätzlich zu den zwölf verschiedenen Monaten hier dargestellt auch noch weitere Informationen über die Produkte und die Regionen. Die sehen wir hier oben links dargestellt in grün und in rot. Und was unser Ziel ist, ist ein System zu bauen, das bestimmte Highlights setzt und den Benutzer lenkt, einen bestimmten Drilldown durchzuführen. Hier sehen wir jetzt markiert die Monate Juli, August und September in einem grünen Rahmen. Genau diese Monate scheinen für den Algorithmus unerwartet hohe oder unerwartet niedrige Verkaufszahlen zu beinhalten. Und grün, weil wir einen Drilldown im Bereich der Produkte vorschlagen. Hier sehen wir entsprechend den Monat Dezember markiert und der Algorithmus schlägt einen Drilldown im Bereich Dezember für die Regionen vor. Führen wir dies einmal durch, dann sehen wir jetzt hier einen Drilldown entsprechend der Produkte. Wir sehen jetzt hier die Produkte, wenn Sie sich die mal durchlesen, sind von 98 aus dem Produktkatalog der IBM. Und somit etwas veraltet, aber wir wollen uns jetzt nicht auf die Produkte konzentrieren, sondern auf die Kennzahlen hier in der Mitte der Tabelle. Und wir sehen stark markiert, dass die Sony Printer Black & White im September abnormal hohe Verkaufszahlen generiert haben. Nämlich 41% und hier minus 13% im Oktober, immer im Vergleich zum Vormonat. Nun, genau diese Zellen hat unser Algorithmus vorher erkannt und entsprechend hier diesen grünen Rahmen gesetzt und gesagt, bitte einen Drilldown auf Produktebene durchführen. Der nächste Operator, den wir durchführen, ist jetzt hier auf Regionsebene. Wir haben jetzt also einen Drilldown durchgeführt auf der Ebene der Regionen. Wir sehen jetzt hier North, South, East und West als Regionen. Und wir haben festgelegt, dass wir IBM Home Computer uns anschauen und nicht alle Produkte. Und hier sehen wir entsprechend auch etwas Spezielles, nämlich im Juli eine Abweichung der Verkaufszahlen, im September eine Abweichung der Verkaufszahlen. Und das wird entsprechend vom System automatisch generiert. Jetzt die Frage, wie wird das generiert? Das ist jetzt etwas mathematisch. Ich werde auch in die Details nicht ganz absteigen. Wenn Sie das interessiert, lesen Sie bitte die Publikation von Sunita Sarawagi nochmal nach. Wie mir gesagt wurde, wurde das auch wirklich in aktuellen IBM-Systemen nachimplementiert. Sie hat es 1998 entwickelt. So um 2010 wurde diese Methode auch in käuflichen Produkten von IBM implementiert. Wie funktioniert das Ganze als Idee? Wir messen für jede einzelne Zelle, wie unerwartet diese Zelle ist. Und um dieses Maß zu definieren, müssen wir erstmal den Erwartungswert feststellen. Der Erwartungswert ist einfach, was man über alle Zellen, über den gesamten Datenbestand erwartet. Das haben wir hier markiert über diesen Gamma-Wert. Wir haben also den globalen Durchschnitt gemessen über die Verkaufszahlen. Danach schauen wir uns unterschiedliche weitere Parameter an, jetzt in unterschiedlichen Granularitätsebenen. Wir steigen ab in drei Dimensionen, A, B und C, in verschiedene Werte. Dimension A, Wert I, Dimension B, Wert J, Dimension C, Wert K. Stellen wir uns das in unserem Beispiel von eben vor. Also wir wählen Dimension A als Region und betrachten uns jetzt die Region Norden als I. Oder wir steigen in Dimension Zeit ab, in B und betrachten jetzt den Juli als J und so weiter. Wir können also jetzt hier mit diesen drei zusätzlichen Faktoren den Durchschnitt über die Dimension A in einer Produktgruppe messen. Über die zweite Dimension, über die dritte Dimension. Und jetzt machen wir das einfach kombinatorisch so weiter und selektieren weitere solcher Dimensionen. A kombiniert mit B, B kombiniert mit C, A kombiniert mit C. Und bewerten entsprechend den Erwartungswert, einfach durch den statistischen Erwartungswert dieser selektierten Teilbereiche. Nun, wie berechnen wir das weiter? Also ich hatte gesagt, Gamma ist unser globaler Durchschnitt über alle Zellen. Gamma A berechnet sich einfach durch den globalen Durchschnitt in Produkt oder in Dimension A Produkt I minus den globalen Durchschnitt. Und entsprechend, wenn Sie Kombinationen nehmen, nehmen Sie immer den Durchschnitt dieser selektierten Kombination von Dimensionen und Produkten minus die durchschnittliche Betrachtung des Erwartungswertes in A minus B minus den Gesamtdurchschnitt. Mit dieser Berechnungsvorschrift können Sie nun jetzt sehr einfach für jede einzelne Zelle diesen Self-Exp-Wert bestimmen. Indem Sie den Messwert in dieser Zelle nehmen, Y hier, was Sie in dieser Zelle messen, minus den Erwartungswert und damit es normiert wird über die Standardabweichung. Das ist jetzt unser finales Self-Exp. Ein sehr einfaches statistisches Maß, was einfach nur, wenn wir uns das jetzt merken wollen, was misst Self-Exp? Die statistische Abweichung vom Durchschnittswert normiert anhand der Standardabweichung. Wir können jetzt entsprechende Grenzwerte einstellen und über die Modellierung, zum Beispiel über die Modellierung einer Normalverteilung feststellen, dass bei einem Schwellwert von 2,5 hier entsprechend 99 Prozent unserer Zellen als normal dargestellt werden, wenn die Normalverteilung vorliegt. Entsprechend werden nur ein Prozent unserer Zellen farblich markiert. Und damit können wir jetzt steuern, wie viele Highlights wir in diesen Tabellen setzen wollen und in wie viele Bereiche wir den Benutzer lenken wollen. Mit Self-Exp müssen Sie sich jetzt auch vorstellen, haben wir nur die einzelnen Zellen markiert. Wie können wir jetzt feststellen, in welche Pfade wir absteigen müssen? Nun, das ist jetzt die InExp und PathExp-Erweiterung. InExp ist recht einfach zu berechnen, ist das Maximum aller Self-Exp-Werte, wenn ich in diese Zelle absteige, über alle möglichen Drilldown-Apparaturen. PathExp ist entsprechend das Maximum aller Self-Exp-Werte, wenn ich einen speziellen Drilldown durchführe, entsprechend der Region oder der Zeit in unserem vorherigen Beispiel. Sie können also sehr leicht lenken, in welche Dimensionen Sie den Benutzer lenken wollen durch Bildung der entsprechenden PathExp- und InExp-Werte. Nun, noch ein Wort zur Berechnung. Man kann Self-Exp-InExp sehr einfach berechnen, indem wir einen zweistufigen Algorithmus bauen. Einerseits durch einen Bottom-Up-Algorithmus berechnen wir uns alle Durchschnittswerte durch Aggregatsbildung. Dort finden wir dann ein entsprechendes Modell, nämlich diesen Erwartungswert und können dann entsprechend über einen Up-and-Down-Algorithmus, der hier skizziert wird, einerseits einmal die Berechnung der Durchschnittle vornehmen, Bottom-Up, also von den feingranularen Werten zu den aggregierten Werten, und dann ein Down-Teil dieses Algorithmus, wo wir durch Substraktion, wie eben in den Formeln dargestellt, für jede einzelne Teilgruppe, also für jede einzelne Kombination, diese Koeffizienten Gamma berechnet werden. Damit können wir natürlich recht schön in dem Beispiel von eben, von Sunita Sarawagi, die Highlights setzen, aber wir haben gesagt, wir wollen uns auch über die Einschränkung dieses Modells Gedanken machen. Natürlich sagen Sie jetzt, die Annahme der Normalverteilung ist sehr, sehr einfach. Vielleicht sind Ihre Daten nicht normal verteilt. Aber das ist jetzt ein Beispiel, wie Sie über eine solche Annahme solche unerwarteten Zellen finden. Wenn Sie eine andere Annahme setzen wollen, können Sie entsprechend diese Modelle adaptieren und entsprechend mit anderen Modellannahmen dort reingehen. Das Fitting dieser Modelle ist natürlich sehr, sehr abhängig von solchen Outliern. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine abnormale Zelle, dann wird natürlich der Durchschnittswert durch diese abnormale Zelle entsprechend nach oben oder nach unten verschoben. Wir haben auch ein bisschen die Trendanalyse außen vor gelassen. Über die Zeit verändern sich natürlich diese Produktzahlen sehr stark und wir könnten uns jetzt auch die zeitliche Variation anschauen. Die Einschränkungen auf Teilbereiche dieses Würfels haben wir auch nicht durchgeführt, sondern wir haben ein globales Modell trainiert. Trotz all dieser Einschränkungen, wo wir zugeben müssen, dass es ein sehr, sehr einfaches Modell ist, wirkt es sich in der Praxis sehr positiv aus. Es ist sehr einfach zu berechnen und man kann damit sehr einfach diese Veränderungen nicht nur erkennen, sondern auch beschreiben. Also wir haben das in der Praxis umgesetzt auf den Energieverbrauchszahlen, die Sie eben gesehen haben und konnten damit nicht nur abnormale Zellen identifizieren, sondern auch schön beschreiben. Durch PathExp und InExp-Werte konnten wir beschreiben, warum unser Algorithmus meint, dass dort eine abnormale Zelle vorliegt. Diese Beschreibung ist für mich persönlich ein deutlicher Mehrwert gegenüber traditionellen Verfahren, die nur Adomalien detektieren können. Weil am Ende werden Sie immer von Ihrem Kunden oder von einem Entscheidungsleger gefragt, warum diese Zelle abnormal ist. Und genau diese Verfahren über InExp und PathEx geben Ihnen diesen Mehrwert. Und wie gesagt, wir haben das an realen Daten auf dem Universitätscampus des KIT in Karlsruhe durchgeführt und konnten genau diese abnormalen Energiemesswerte in unterschiedlichen Gebäuden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber für unterschiedliche Verbraucher feststellen. So viel zu diesem Teil. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.